Hallo, Deutschschule! Wörter mit mehreren Bedeutungen. Das Schloss Das Schloss für mein Fahrrad. Das Schloss für mein Fahrrad. Das Schloss für die Prinzessin. Das Fahrrad mit dem Schloss anschließen. Das Schloss mit der Kamera fotografieren. Das Schloss mit der Kamera fotografieren. Ich schließe das Fahrrad mit dem Schloss an. Ich schließe das Fahrrad mit dem Schloss an. Ich fotografiere das Schloss mit der Kamera. Ich fotografiere das Schloss mit der Kamera. Die Bank zum Sitzen. Die Bank für das Geld. Auf der Bank sitzen. Auf der Bank sitzen. Geld abheben bei der Bank. Geld abheben bei der Bank. Ich sitze auf der Bank. Ich sitze auf der Bank. Ich hebe Geld ab bei der Bank. in der Bank. Ich nehme die Beine. Die Birne. Die Birne. Die Birne zum Essen. Die Birne zum Essen. Die Birne für das Licht. Die Birne für das Licht. Die Birne ist ein Obst. Die Birne macht das Licht. Das Baby isst eine Birne. Die Birne macht das Licht in der Lampe. Die Karte für die Navigation. Die Karte für die Navigation. Die Karte zum Spielen. Die Karte zum Spielen. Der Ort ist auf der Karte. Der Ort ist auf der Karte. Poker spielen mit den Karten. Poker spielen mit den Karten. Für die Navigation benutze ich die Karte. Wir spielen Poker mit den Karten. Wir spielen Poker mit den Karten. Die Maus für den Computer. Die Maus für den Computer. Die Maus ist ein Tier. Die Maus ist ein Tier. Die Maus benutzen. Die Maus rennt schnell. Die Maus rennt schnell. Die Maus rennt schnell zum Käse. Die Fliege. Die Fliege. Die Fliege. Die Fliege ist ein Insekt. Die Fliege für den Mann. Die Fliege für den Mann. Die Fliege fliegt. Die Fliege fliegt. Eine schwarze Fliege für den Mann. Die Fliege fliegt durch das Büro. Die Fliege fliegt durch das Büro. Der Mann trägt eine schwarze Fliege. Der Mann trägt eine schwarze Fliege. Die Note. Die Note in der Schule. Die Note in der Schule. Die Noten in der Musik. Die Noten in der Musik. Eine gute Note im Deutschtest. Eine gute Note im Deutschtest. Die Note klingt schön. Die Note klingt schön. Juhu! Ich habe eine gute Note im Deutschtest bekommen. Juhu! Der Pianist spielt ein Lied mit schönen Noten. Der Artikel. Der Artikel. Der Artikel. Der Artikel in der Grammatik. Der Artikel in der Grammatik. Der Artikel in einer Zeitung. Der Artikel steht vor dem Substantiv. Der Artikel steht vor dem Substantiv. Ein Text in der Zeitung ist ein Artikel. Ein Text in der Zeitung ist ein Artikel. Bei männlichen Substantiven benutzen wir den Artikel der. Bei männlichen Substantiven benutzen wir den Artikel der. Bei weiblichen Substantiven benutzen wir den Artikel die. Bei weiblichen Substantiven benutzen wir den Artikel die. Bei sächlichen Substantiven benutzen wir den Artikel das. Bei sächlichen Substantiven benutzen wir den Artikel das. Ich lese einen interessanten Artikel. Ich lese einen interessanten Artikel. Die Erde. Die Erde. Die Erde für die Blumen. Die Erde für die Blumen. Die Erde als Globus. Die Blumenerde. Die Erde dreht sich. Die Blumen wachsen in der Erde. Die Erde. Die Erde ist ein Planet. Die Erde ist ein Planet. Die Erde. 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 Der Richter arbeitet im Gericht. Das Gericht ist eine Mahlzeit. Das Gericht ist eine Mahlzeit. Im Gericht wird ein Fall verhandelt. Heute esse ich ein leckeres Gericht. Der Ball zum Tanzen. Der Ball zum Spielen. Der Ball ist ein Fest zum Tanzen. Der Ball ist ein Fest zum Tanzen. Ich spiele mit dem Basketball. Ich spiele mit dem Basketball. Der Ball mit Masken ist ein Maskenball. Der Ball mit Masken ist ein Maskenball. Die Maske. Ich schlage den Ball beim Baseball. Ich schlage den Ball beim Baseball. Der Bauer auf dem Schachbrett. Der Bauer auf dem Schachbrett. Der Bauer arbeitet auf dem Bauernhof. Der Bauer bewegt sich auf dem Schachbrett. Der Bauer bewegt sich auf dem Schachbrett. Der Bauer fährt mit dem Traktor. Der Bauer fährt mit dem Traktor. Der Bauer schlägt den Springer. Der Bauer schlägt den Springer. Das Blatt. Das Blatt Papier. Das Blatt Papier. Das Blatt der Pflanze. Das Blatt zum Schreiben. Das Blatt der Pflanze ist grün. Das Blatt der Pflanze ist grün. Ich schreibe Notizen auf das Blatt. Kennst du auch ein Wort mit mehreren Bedeutungen? Abonniere den Kanal der Hallo Deutsch Schule und aktiviere das kleine Glöckchen. Gib uns jetzt einen Daumen nach oben. Und in dieser Playlist findest du weitere Videos zum Deutsch lernen. Klicke jetzt auf diese Playlist. sichern ẩn